Wenn wir den Lichtschalter betätigen, schaltet sich das Licht ein. Klingt einfach, doch im Hintergrund braucht es dafür ein Umspannwerk, das den Strom zu uns bringt. Um so ein Umspannwerk zu planen und zu errichten, braucht es viele schlaue Köpfe. Und diese finden sich in der Abteilung Engineering im Bereich Anlagentechnik der Salzburg AG. Die Abteilung ist die interne Planungs- und Realisierungsabteilung für die Infrastruktur der Salzburg AG. Vom Generator eines Kraftwerkes bis hin zu den Umspannwerken und Transformatoren und schließlich in die eigenen vier Wände. Der Strom hat einen langen Weg hinter sich. Mein Arbeitsalltag ist sehr vielschichtig, also es ist nicht eine Routinearbeit. Man sitzt sowohl im Büro als auch natürlich auch vor Ort und ist draußen viel unterwegs. Es fängt an von Konzeptplanung mit dem Auftraggeber, Grundstücksuche, Standortevaluierung generell und dann in weiterer Folge die Detailplanung. Letztendlich sind natürlich auch Bewördenbewilligungen erforderlich, Ausschreibungsunterlagen erstellen und die ganzen Vergabeverhandlungen durchführen, bis dann letztendlich die Umsetzung startet, bis zur Inbetriebnahme. Da ist natürlich in erster Linie die Koordinierungsarbeit der einzelnen Gewerke, intern als auch mit externen Partnerfirmen, erforderlich. Meine täglichen Aufgaben sind sehr vielfältig. Ich habe viele Besprechungen und bin eben für die Ausschreibungserstellung zuständig und begleite dann anschließend den gesamten Beschaffungsprozess, sprich Vergabeverhandlungen bis zur Inbetriebnahme der jeweiligen Komponenten. Umspannwerke dienen der Verbindung unterschiedlicher Spannungsebenen. Bei der Planung stoßen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher auf viele Herausforderungen. Herausforderungen sind, ich mache das jetzt seit 20 Jahren fast und es ist eigentlich jedes Projekt immer ein bisschen anders. Es sind die Projektumwelten. Es ist eine abwechslungsreiche Arbeit. Man kann sich ein bisschen kreativ ausleben, man kann sich ständig selber verbessern und neue Ideen einfließen lassen in den ganzen Folgeprojekten. Und ja, letztendlich ist es eine sehr interessante Arbeit, wo man auch sehr viel mit anderen Personen in Kontakt kommt. Die Versorgungssicherheit garantieren und die Energiewende vorantreiben. Ein spannender und abwechslungsreicher Job. Ich würde den Job weiterempfehlen, da es sich bei der Salzburger G um einen flexiblen Arbeitgeber und einen sicheren Job handelt. Die Aufgaben in den nächsten Jahren sind sehr herausfordernd und spannend aufgrund von der Energiewende. Konkret suchen wir im Bereich der Energieverteilung für die Umspannwerke und für die Umspannstationen entsprechende Projektleiter, die auch eigenständig Initiative ergreifen und einen weitgehenden Überblick über die Projekte haben. Wesentlich bei uns ist die Teamarbeit. Wir arbeiten hauptsächlich nur in Teams. Jeder hat natürlich seinen Schwerpunkt, aber die Summe der Einzelteile ist mehr als das große Ganze. Wenn auch Sie Interesse an einem Job in der Salzburger G haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at. 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 www.salzburg-ag.at.